Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, hier zurück zu FIFA 13. Wir zocken heute Dortmund gegen Real Madrid, das Spiel der Spiele in der Champions League. Und ich bin nicht alleine, denn jemand ist noch mit mir am Start und der kann sich auch mal selbst vorstellen. Ja, weit mein Sam, meine Freunde. Der Schmarki ist am Start. Ja, Schmarki mit am Stieselchen und wir simulieren mal heute für euch das Spiel von morgen in der Champions League Dortmund gegen Real. Ist irgendwer verletzt? Ne, ne? Wir können, glaube ich, alle aus dem Vollen schöpfen. Glaube ich, oder? Ich gucke gerade mal, wer so alles drin ist. Oh, ne, der ist raus. So, Reus ist wieder fit. Reus ist fit, Lewandowski ist fit, Götz ist wieder fit. Kuba ist, glaube ich, auch wieder fit. Gündogan und Bender, Schmelzer, Hummels, Subotic, Piszczek und Weidenfeller. Ja, nach dem Taktik-Experiment vom Klopp oder 3-5-2, das ging ja ordentlich in die Hose. Aber machst du nix. Ich glaube, gegen Real wird er besser. Komm mal zu. Wenn sie gewinnen? Ich glaube nicht, dass sie gewinnen. Ich glaube, das wird so ein richtig schimmliges Spiel und es wird dann zum Unentschieden hinauslaufen. Okay. Also hoffe ich mal. Real hat ja auch eine vernichtende Bilanz in Deutschland. Die letzten 16 Spiele, die die in Deutschland gespielt haben, haben die nur eins von gewonnen. Oh. Und sechs... Sechs verloren? Ne, sechs Unentschieden gespielt und den Rest verloren. Also nicht wirklich gut. Okay. Schauen wir mal, was wir machen können heute hier. Oh. Da habe ich auch richtig... Schon ewig nicht mehr gespielt, was ich hatte. Das können wir sagen. So, guck mal hier. Hummels. Zack. Holt sich direkt die Kugel. Von Reus. Reus. Kann gehen. Oh. Shit. Gut, gut, gut. Good one, ey. Paul. Jawohl. Er führt da schnell aus. Das war dumm. Reus, hol den Ball wieder. Nein, nicht gut. Ah, der Mats. Lewandowski. Komm ran hier. Boah, shit. Shit, 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 shit. Alter. Was glaubst du denn? Wie wird das Spiel ausgehen? Ich bin da ganz... Muss man eben ein Tor schießen? Shit. Ne, keine Ahnung, kann ich echt ganz schwer sagen. Also ich denke, dass doch mal ein schönes Ding macht. Okay. Uh. War ein Foul. Von Sumitic. Oh, Ronaldo. Mit Freistoß. Okay, und wie war das nochmal da? So. Ja, lass den hören. Oh, ja. Jo. Genau. Genau, auf den Romano. Oh, das war auch top da. Jetzt aber Gündogan. Scheiße. Ja, sind sie noch ein bisschen eingeschüchtert von Real. Ne große Name. FC Ronaldo, Madrid. Und... Ach, Gott. Boah. Jetzt aber... Ich brauche Brasilianer, ey. Du brauchst Brasilianer. Oh, jetzt da. So, Uhtic. Gut. Gündogan. Jetzt muss Dormo mal hier ihr Spiel aufziehen. Was denkst du, wie es ausgehen wird? Also ich glaube wirklich, dass es... Dass es ein Unentschieden wird. Also ich glaube, Dormo macht das 1 zu 0. In der ersten Halbzeit noch. Und dann spielen sie relativ stark, aber kassieren wieder... Kurz vor Ende... Ein Gegentor. Kuba! Mach ihn doch! Scheiße. Nein. Warum? Wendowski. Bender. Oh, shit. Der Bender wird wahrscheinlich kein Tor schießen. Ist ja nicht so der Knipser. Aber... Man weiß ja nie. Ja, gut, gut, gut. Gut abgefangen. Jetzt aber Kuba. Jetzt hast du doch Platz. Lauf! Ach, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Nein! Ach, wohl. Fuck. Jetzt drehen Sie mal. Der Hummels schämt ab. Nein. Hat ein Kackstück gehabt. Nicht zu knappen. Mourinho hat ja auch Angst vor Reus. Habe ich in der Bild gelesen. Oh, shit. Shit, 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 shit. Nein! Was? Was? Der Karin. Ich habe nichts. Ich habe nichts verlappen. Ich finde es schade, dass man hier nicht auch abends spielen kann. Das hätte ich gerne gesehen. So ein Flutlichtspiel hier. Geht nicht? Aber ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe sozusagen mal... Wo kann ich eigentlich einstellen? Echt? So randommäßig gemacht, ja. Gut gemacht, Mats. Ja, hat der Romano. Romano? Hat er noch nicht. Aber im Aus. Gut. Ja, und ich bin echt ein bisschen enttäuscht von den Dortmundern, wie die gespielt haben gegen den Verein aus der verbotenen Stadt. Ich habe es zwar nicht verfolgt, aber gehört. Oh, shit. Alter, das war. Real, strauchelt. Oh, das war doch kein Foul. Ich habe doch den Ball geholt. Vernünftig. Ich weiß genau, wo der Ball hin muss. Lewandowski. Wird abgedrängt. Eine Ecke? Eine Ecke, ja. Und die schießt der Roy was auch direkt rein hier. Und da ist das 1 zu 0. Robert Lewandowski. Yes, baby. Dann macht er den Pitbull. Ich kenne es ja gar nicht. Robert Lewandowski. Mit dem Kopfball. Sehr realistisch. Klar, es ist realistisch. 29. Minute. Real konnte er einfach nicht verteidigen. Götze, guck mal. Der braucht uns die Spieler doch nur ausgucken. Scheiße. Oh, 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 das war nicht gut. Aber Xabi Alonso ist eigentlich relativ langsam. Ja, hat er gut. Nein, 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 nein. Nein, das ist innen. Jawohl, jawohl, jawohl. Törchen. Im direkten Gegenzug. Benzema wird immer 1 zu 1. Schönes Ding. Was ein Fehler in der Abwehr dahinten. Da hat der Hummel schon gehabt. Und dann, ja, das war eigentlich noch ein Foul vom Xabi-Rappen, oder? Du bist der stolpert. Scheiße. Ja, jetzt ist er aber wieder nach vorne hier. Und die Spieler sind so sperrig, ey. Welche Spieler sind sperrig? Real? Nein. Ja, komm. Marco Reus. Was ein Fehler von Ika Kassias. Sowas wollen wir doch sehen. Was hat er da jetzt war? Das habe ich schon so oft gemacht, ne? Oh. Nein. So, jetzt aber Lewandowski. Guckt. Oh, der Ball in die Schneise gespielt. Ja, wird noch gut gerettet. Ronaldo kann nix. Ne. Ist auch viel zu tun, ne Piszczek auf der Seite. Der ja übrigens verlängert hat bei Dortmund. Finde ich eine coole Aktion. Das ist 2017. Also noch ganz schön lange am Start jetzt. Und real brennt. Da brennt sich im Straf, aber lichterloh. Oh, shit. Das können wir in Konterfahren. Rennen. Schmelzer. Schmelzer. Na, die Maria kann du nix. Wie Schahin zu seinen besten Zeiten im Mittelfeld der Antreiber. Shit. Ah, guck mal, Reus holt sich den Ball wieder. Auf den Gündo an. Oh, fast. Oh, ey, warum? Oh, die Pässe sind so schlecht. Ja. Oh, das stolpert er durch. Götze, Götze. Oh, Mario. Shit. Schiri weg. Ja, mit der Viererkette stehen sie auf jeden Fall besser hinten. Ah, die Maria. Keine Chance da durch. Komm. Marcel Schmelzer. Oh, oh. Geht's gut. Nein. Das soll ich nicht. Jetzt aber. Mario. Guckt mal kurz. Sieht, dass da vorne einer läuft. Mhm. Nein. Oh, wa. Oh. Shit. Das ist so schlechte Pässe von mir. Da war der freie Mann. Im Abseits. Der gute Herr. Boah, guck mal hier. Boah, schickowski. Alter, was ist das denn für ein Traumpass? Kassier. Kassier. Kein Ding. Kassier. 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 Kassier auf zum ersten Mal im Spiel. Kassier. Ja. Kassier. Ich muss noch etwas mehr hinten reinstellen und Real erst mal kommen lassen. Boah, was ein Pass. Jetzt geh. Marco. Geh, Marco. Flank den rein. Geh, Mannerski. Ach, mach ihn doch rein, die Kitsche. Verdammte Axt. Boah, was ein Spiel hier. Auf des Messers Schneider. Nein. Oh. Ich bin so schlecht im Flanken, ne? Götze. Dann wird er, äh, ordentlich zugestellt. Gündogan. Dann wird er nicht mehr gedeckt. Gündogan. Götze. Götze. Nein. Mach ihn doch. Oh, den muss er doch schießen und nicht los. Oh. Shit, ey. Ich spiele wie so ein Bob. Ja, wie real man das im echten Leben halt. So. Reuss. Guck mal, wie der da vorbeispazieren kann. Ja, dann spielt er so. Mhm. Gündogan. Gündogan. Nein. Reuss. Nein. Lewandowski! Oh. Damit. Oh, das Ding. Hier ist der große Kickdugel. Jose Ronaldo, ich sehe den gar nicht. Zu Recht. Oh, der Gündogan. Der Trick ist sogar noch hier. Ja. Und lässt mal ihn hören. Oh. Ja, fast. Jetzt sehe ich hier, der Schmelzer. Flankt er schön dran. Nein, nein, nein. Das ist der Watz. Oh. Boah. Krass. Ich hätte gedacht, das gibt noch mehr Ecke. Egal, das geht weiter. Auf den Reuss. Reuss. Hat er noch. Boah, schade. Wer spielt die noch? Für mich, ne? Ja. Passiert. Nein. Oh Gott. Jetzt aber Reuss. Oh, war es ein Pass? Schade, aber Lewandowski ist leider einen Schritt zu langsam. Hat er im Pass zum Torwart. Reuss. Lewandowski. Auf den Reuss. Und der nimmt den Wully. Boah. Also wenn das morgen so wird, dann flippe ich komplett aus am Fernsehen. Bin da. Alter. Sind die gut drauf? Alter Finne, ey. Jetzt mal hier. Schmelzer. Wieder auf den Mats. Mats kommt leider nicht dran. So. Jetzt. Hummels. Subotic. War es Subotic oder Hummels? Scheiße, habe ich gerade nicht aufgabe. Fuck. Sehr gut. Dortmund am Drücken hier wie kein Zweiter. Also wenn die so spielen, dann gewinne ich die Champions League. Zwar nicht die Meisterschaft, ich denke mal, die ist vergeben an Bayern München, aber wenn man denn wirklich so spielen sollte, dann sollte die Champions League eigentlich kein Problem sein. Gegen Real so dominierend, sag ich mal. Oh, shit. Jetzt stoppen hier. Gut. Schmelzer. Sehr schön gemacht. Ischek. Bender baut auf. Und, oh, in die Schneise gespielt, aber leider abgefangen hier vom Realmann. Und die Maria, hä, ist natürlich fix auf den Beinen. Ja, es gibt Schmelzer hier. Komm jetzt, jetzt gibt's Tauschen. Ist kein Kraut gewachsen, Schmacki. Kein Kraut. Ah, lass einen hören hier. Oh, der war gut. Nein, schießt doch. Oh, Ecker, 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 Ecker. Ist gut. Ist hier real. Jetzt hinten richtig drinstehen. Aufpassen, dass Ronaldo. Und Binzimmer. Oh, der hat's klar. Nein, der war doch so. Der ist durch. Oh, schade. Gleich wollte ich direkt reden, aber egal. Peace check. Preuß. Gündoorn. Da muss ich erst mal ein bisschen sortieren hier. Schön. Auf den Bender. Auf den. Oh, Lewandowski. Kriegt er nochmal. Zweite Chance. Shit. Ja, das ist doch knapp, ja. Letzten 20 Minuten. Ein Nervenspiel. So. Gündoorn. Gut aufgebaut. Götze Reus. Ja, ja, komm, 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 komm. Bist du nicht im Roll? Nicht gut. Ja, und jetzt kann der Ronaldo laufen. Nee, kann er nicht. Ja, da ist der Lukas Piszczek. Das ist ein Witz, ey. Das ist ein Witz. Guck mal, wunderschön nach außen gespielt. Auf den Kuba. Und der... Ah, fuck. Wollte ihn noch schön in die Mitte legen. Ja, und Bender ist jetzt nicht der filigranste. Kuba. Kuba. Flanken rein. Oh. Oh, war der Lewandowski doch schon wieder bereit. Oh, shit, 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 shit. Randa. Randa, Randa. Gut, gut, gut. Randa. Nein. Ja, sehr gut. Ist das ein Gefummelt, ja? Ja. Shit. Gut. Gut, gut. Alles richtig. So, der Romano den Ball. Ich spiele wieder nach außen. Was ist die Aufstellung? 5, 2, 2, 1, du hast? Einmal nicht spiel. 4, 2, 3, 1. Standard Dortmund-Trick. Äh, Standard Dortmund-Aufstellung. Nein, nein, nein. Ist gut. Ist gut. Oh, shit. Oh, shit. Da war der Ronaldo. Oh, kacke. Modric. Ich glaube nicht, dass er spielt. Hey. Hast du den Zauberer von Österreich? Nichtrauf? Nee. Ja, das ist fatal natürlich. Okay. Kannst ja gar nicht gewinnen. Lewandowski. Lewandowski. Lewandowski! Boah, an den Pfosten. Scheiße. Boah, was ein Schuss. Von Robert. Gut gemacht. Boah, die stehen aber auch richtig gut in der Defensive, ne? Muss man ehrlich sagen. Wie immer. Boah. Ja, was ist das jetzt nochmal? Ja, oh, schön. Fett händelt ihn. Aber hol den. Boah, schieß doch, ey. Es ist das, ey. Ich drück auf passen, ey, ne? Götze. Lässt den Schmelzer laufen. Der sieht, dass da hinten einer ankommt. Ach, schade. Komm, jetzt hier noch. Dann. Jawohl. Nein. Da ist es auch schon zu Ende. Mit Borussia Dortmund gegen Real Madrid. Also, ich bin gespannt, ob das wirklich so eintreffen wird. Ich glaube zwar nicht dran. Wäre natürlich geil, aber wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wie dieses Spiel ausgeht, schreibt eure Vermutung unten in die Kommentare rein. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid beim nächsten Mal. Unten ist auch noch der Schmark, ich verlinke. Bei dem könnt ihr auch mal draufgehen auf den Kanal. Der hat sehr bockige Klamotten. Guckt es euch einfach mal an. Und dann würde ich sagen, wir sind raus hier, ne? Jo. Felt mal zu fangen, meine Freunde. Alles klar. Macht's gut. Hau rein. Und ciao mit V. Traurig spielt den Ball auf Wellyton. 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 Yes. Dieses Mal macht er ihn rein. Und go-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-